so wir nähern uns da wieder shipwreck bay der grüne schleier ist schon da und so ganz langsam geht es los ja die moment ist doch im real kohlen oder was ja und auch der schleichwerfung da sind die schiffe dieses ja ich sehe nach vorne nur nebel ja das ist genau so viel wie wir ohne schiff ich sollte es ein bisschen steuerbord machen er suchte was aus steuerbord oder backbord das ist aber bloß eine vorinsel hier denn angegriffen ja kurz vorm offlaufen ist eine andere insel so und jetzt und jetzt jetzt gehen wir über boot und gehen auf die insel wir gehen jetzt auf diese insel hast du unser beiboot fertig gemacht wir haben kein beiboot wir brauchen ein beiboot ich mache euch jetzt bereit auf was hier passiert ihr habt die schiffe rundherum gesehen ja das sind leute vom weeper clan das heißt sie sind hier um irgendwas auf dieser insel zu wollen also wir müssen sie töten sie sollen etwas droppen was uns weiter bringt und auf der insel sind ja wie nennt man das ähm fackeln nur in der brandfeuer so wie die das da hatte die frau da wo man ja die facke da annehmen konnte so was steht hier auch rum und davon gibt es glaube ich acht stück und die müssen wir auch mit den seelenflammen anmachen ok na dann los hier ist zum beispiel nummer eins da kommen schon die ersten monster ja hier ist was zum nachladen alles gut ihr könnt hier nachladen oh ich muss nachladen so n scheiß ich brauche ich keine munition mit der große ist gleich tot super und jetzt kann einer von euch das hier an machen ja mache ich halt so so die 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 mit kinder der flamme Er hat zwar in diese Richtung gezeigt, aber da, wo du gerade hinweg bist, auch. Angriff! Einer ist tot. Ich glaube, sie sind alle tot. Da hinten steht noch einer. Du musst aufpassen. Oder? Und die droppen auch was. Hier stand gerade noch einer. Haben die was getroppt? Die droppen manchmal etwas, was wir brauchen. Die sind hier in diese Richtung gelaufen. Also lasst es mal hier lang laufen. Und der hat hier nach oben gezeigt. Okay. Immer noch hier hin. Und hier oben ist die nächste. Dann sollte einer von euch mal aufmachen. Was? Hier oben? Nicht da, wo ich gerade bin. Doch, der zeigt hier rüben. Hier. Ja, da, wo du gerade bist. Ja, wo ich dir gerade sagen. Äh, das war's. Und das. Und das. Die sind wieder hier. Er spricht über die Relikte. Es sind acht Flammen, die wir brauchen. Und dann müssen wir hier rüber. Hier wieder zwei. Merkt euch bitte, wie viele wir hatten. Ja, ich habe jetzt Nummer drei angemacht. Was machst du denn hier durch, ey? Wir kämpfen doch noch hier. Ach so, ihr kämpft nicht. Ich habe nur die Bilder angeguckt. Ja, jetzt muss ich kämpfen, ja. Hat aber auch noch was. Hier ist ein Buch an einem Baum. Direkt bei mir. War. Oh, irgendjemand hat eine Mission angenommen. Ja, ist egal. Du weißt, wie es ist. Missionen, die kann man noch ignorieren. Also, das war jetzt Nummer drei. Ja. Folget mir. Ja, ich sehe, dort drunter steht schon jemand. Und zeig noch Nummer vier. Ich muss mal sicherheitshalber laden. Und Nummer vier. Okay, jetzt hier, hier ist Nummer vier. Oh ja, es kommen wieder zwei. Ja, dort drüben ist aber auch irgendwas gewesen. Ja, ja. Jetzt ist es aber nur drei. Es sind ja acht. Es kann gut sein, dass hier sehr viele sind. So. Wo hat man gesagt? Dort drüben? Nein, da drüben oder hier hinten. Ja, wir gehen erstmal nach hinten. Weil hier ist noch eins. So, das war jetzt Nummer vier, soweit ich weiß. Genau, und da sind wir jetzt hier bei Nummer fünf. Ja, um den geht's immer. Ich weiß es nicht, aber wir wissen ja, wo ein paar Sachen noch hier ist, noch eins. Wo ist hier? Einmal durch den Durchgang durch und dann rechts. Und der hat hier hinten hingegezeigt. Oder war es da oben? Nee, hier. Hier ist dann Nummer sechs. Oh, das ist wichtig. Was ist wichtig? Das habe ich jetzt alles mitgenommen. Mit dem nicht. Feuerwerk. Warum kommt jetzt hier kein Hallo? Ah, da. Nö. Konnte sich mal aussprechen. Wir haben die lange gelebt. Hier ist ein Relikt, welches wir brauchen. Wo ist ein Relikt? Hat irgendjemand aufgesammelt? Da. Zeig mal. Da hinten glänzt auch was. Ja, nimm's mit. Aber das ist eine Kiste und keiner liegt. Das ist richtig. So. Kommt mit. Die Richtung. Waren wir nicht schon hier irgendwo? Ja, der andere hat hierhin gezeigt. Und ich will ihn nicht, ich will nur hier rein. Achso, du bist wieder zurück. Ah, das ist ja ein ewiger Irrweg. Hier ist Nummer sieben. Tatsache. Das ist nicht der Nachnis. Da eine von denen hat er noch gelegt in der Hand, das muss ich nicht. Jetzt. Da ist noch Rüttig. Kannst du das mit dem anderen kombinieren? Ich weiß nämlich nichts über diese Relikte. Ich glaube, das funktioniert nicht mit kombinieren. Dann nimm mal die Runentafel. Soll ich die mal? Ja, ich nehm sie mal. So. Wir müssen auf die andere Seite. Na dann. Gehe ich da an, wo das dein Name ist. Wo seid ihr jetzt hin? Ich muss den Hinterstundelchen. Oh, hier sind Phantome. Los, los, los. Wo sind Phantome? Bei mir hier. Ja, ich hab das hier fallen lassen, weil da was kam. Da zeigt einer auch was. Da, direkt da, geradeaus. Ja. Wir waren, hier waren bloß gerade Gegner. Ja, ja. Auf geht's. Ja, mach du mal. Geh, wie meine Augen. Papagei fliegt nach oben. So, niederlegen und kämpfen. Ach, so, mal ein niederlegen und kämpfen. Man nervig, wenn die so in ihm stehen. So, ich hole meins wieder. Ich hab meins. Ich hab die Gäste. Also, der Vogel war ja sein Auge und den Vogel haben wir ja vorhin schon gesehen. Und wenn ihr mal nach ganz oben auf das, auf den Dings über euch guckt, dann sitzt der jetzt gerade auf dem, auf dem Ding, ja. Und dann müssen wir jetzt da hoch. Genau. Nein, 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 müssen wir nicht. Kommt mit. Wo bist du hin? Wir haben vorhin ein... Ja. Ihr habt beide die Relikte, super. Ja. Wir haben vorhin einen Punkt gefunden, wo ein Skelett in einem Käfig war. und wo ein Tisch war. Und bei diesem Tisch... Ah, und es wird der Weg gezeigt? Wenn wir irgendwas können hier. Wo ist der Tisch? Hier war kein Tisch. Verdammt. Jetzt hört sich doch stark danach an, als hätte jemand gespoilert. Nee, es ist ja hier, wo wir was hier machen müssen, oder was? Ah. Ich kann hier eine Feuerschale anzünden. Ja, dann zünden wir eine Feuerschale an. Ich dachte, das wäre ein Tisch. Legt mal eure Sachen nieder. Oh, ich kann die Kanonen benutzen. Wir werden angegriffen. Ja, dann verteidigen wir uns, mach. Geht die Flames first! Jetzt kann mir jemand anderes schießen von euch, wenn ihr wollt. Ja, ich muss gleich erstmal was essen. Brauchst dafür Kanonen. Brauchst dafür Kugeln. Ja, die sind da in den... Achso, okay. Die sind leer. Oh, hier ist noch Essen drin. Da sind ein paar andere. Ja, die sind alle leer. Phantomfass, da ist Essen drin. Oh, warum kommt ihr jetzt auch noch? Da war was drin. Der ist ruhig. Aua. Aber mich haut es hier ständig raus. Ja, weil hier direkt einer steht. Gehen. Jetzt fausche mal was zu essen. Kennst du dafür hausse schon geflogen? Ja. Aber ich muss jetzt mal was essen. So. Machen die euch eigentlich Schaden, die Kanonenkugeln? Müsst um Mücke. Warum schießt ihr auf unser Schiff? Ist das unser Schiff? Ja. Ah. Ach, was. Ja, mal sehen. Halt. Ja. Boah. Ich sage mal, das ist aber ein nerviger Kampf. So viel Essen habe ich lange nicht mehr gebraucht. Okay. Oh Gott. Oh Gott. So viel Essen ist. Doch. Und es ist ja auch mit einem Schiff. Ich kann es δεν tun das hier. Ja. Okay. Ich kann es nicht leisten. Ah nein. Geh weg. Ja, das geht jetzt leider ein bisschen, bis wir den Captain finden, der hier auch irgendwo ist. Oder der auch gleich kommt. Da kommt er doch. Da ist er, da ist er, da ist er auch schon. Das war's, oder? Wer ist tot? Ich weiß es nicht. Ach, da hat er sich nicht teleportiert. Er hat eine Tür, das ist... War er mich jetzt hingeschubst? Über die halbe Insel. Ich lasse mich in Ruhe. Müssen wir denn mit irgendwas Speziellem kaputt machen? Weil er gerade sagt, er kann nur die Waffen, der stirbt, die lachen. Ja, weil er doof ist. Ich weiß auch nicht, wo die Bossen ist. Guck mal drauf. Guck, tot. So, Frost, heb's auf. Okay, irgendjemand anderes hat's aufgehoben. Was denn? Da sollte eigentlich was liegen. Ach so, da sollte was liegen. So. Und jetzt? Wo sind unsere Relikte? Ich hab meins aufgehoben, aber hier liegt noch ein... Noch ein, äh... Ja, da liegt ein Saphir-Ding. Aber ich... War nicht mein Relikt hingehauen? Weiß ich nicht, ich hab meins hier oben hingehauen, bevor ich... ...de Kanone bin. Hm. Irgendwo muss es ja glitzern. Ich glitzere nicht. Ah, hier liegen irgendwas. Warte, hier liegen. Wo ist hier? Hier, hier bei mir. Sicher? Ja, hier am Boden. Okay. So. Hast du's? Ja, ich hab's. Und jetzt, äh, haben wir mit M ne Karte... äh, äh, mit... Leertaste ne Karte bekommen. Mit Q-Leertaste. Und da müssen wir etwas ausgraben. Ja, ich kann die Karte... Warte mal, ne? So. Zack, zack. Jetzt muss ich mal gucken. Ist aber ne ganz andere Insel. Ja, ist ne ganz andere. Ah. Ja. Jetzt kommt hier aber erst mal wieder was. Ja, ich versuch also zum Schiff gekommen und das zu lernen, was ich da finde. So. Das erst mal jetzt zum Schiff und dann sehen wir weiter, wohin es weitergeht. Ja. Na dann los. Und das soll unser Schiff sein dort? Nö. Ne, das ist nie unser Schiff. Du, da wo's Stummelchen hingerannt ist. Also, wir suchen jetzt unser Schiff. Also, da wo's Stummelchen hingerannt ist, ist unser Schiff. Da wo's Stummelchen hingerannt. Ja, egal. Egal. Wir suchen jetzt unser Schiff. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin. Ciao. Bin ich. Bin draußen. Ich war aber schon wieder draußen. Ich hatte ja keinen Bock mehr auf Saft. Ah, bin wieder drin. Bin ich. Bin ich.